Herzlich willkommen zum ersten Double Masters Unboxing auf dem Kanal. Leute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der Regel machen wir ja immer zum Start in die Unboxing-Season so ein kleines Bundle zusammen auf. Das gibt es jetzt eben nicht bei Double Masters. Ist ja so eine besondere Edition, halt auch eine reine Reprint-Edition. Sage ich gleich auch noch was zu, auch zum Videotitel. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was ist da genau los? Ja, es ist eine Reprint-Edition und ich habe uns eben zum Warm-Up hier sechs Draftbooster besorgt. Ich habe auch noch ein Sealed-Event vor mir. Da braucht man ja dann auch genau sechs Booster. Dann kriege ich schon mal so ein kleines Gefühl dafür, wie kann so ein Sealed-Pool aussehen. Einfach mal, wie gesagt, ein kleines Warm-Up zusammen machen. Und ja, eben schon erwähnt, es ist eben eine Reprint-Edition. Es wurden eben alte Karten, die es schon gibt, wieder neu aufgelegt. Das finde ich halt so allgemein bei Magic super, super wichtig. Hier sind halt auch wirklich ein paar richtig geile Einzelkarten mit dabei. Ich bin super gespannt, was wir aufmachen. Aber wie gesagt, ich habe mir halt die komplette Kartenliste angeschaut. Und es sind eben Reprints. Und ich mache ja jetzt seit über zehn Jahren hier schon auf YouTube alleine Booster auf. Ich behalte natürlich viele Karten für meine private Commander-Sammlung. Und es sind einfach schon super viele von den Karten aus der Edition hier bei mir, direkt neben mir im Schrank. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte natürlich ein Video machen. Ich mache einfach super gerne Booster auf. Ihr bekommt aber heute im heutigen Giveaway einfach komplett alles, wirklich alles, was hier drin ist. Ich hoffe, es sind auch gute Karten mit dabei. Weil ich wollte einfach mal schauen, was ihr dazu sagt. Ich meine Double Masters, das ist ja wirklich eine ordentliche Edition. Hier können krasse Karten mit dabei sein. Und ja, alles, was ihr hier seht in dem Video, das könnt ihr im heutigen Giveaway gewinnen. An der Stelle natürlich noch ein großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Games Island. Leute, für mich ist das wirklich perfekt. Ich kann Booster aufmachen. Ich habe ein bisschen Spaß dabei. Wir haben ein schönes Video dann am Ende wahrscheinlich. Und ihr könnt das richtig gute Zeug wirklich im Giveaway gewinnen. Alle Infos, auch der Shop, wie immer in der Videobeschreibung zu finden. Könnt ihr euch sehr gerne mal umschauen. Und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt mal eure Booster zusammen auf. Viel Spaß! Starten wir sofort mit dem ersten Booster. Ich bin richtig gespannt. Oh, das lässt sich direkt das erste Booster ein bisschen schwerer öffnen. Kommt, Leute. Direkt die richtig gute Karte. Mal sehen. Vielleicht ein kleiner, großer Eldrasi. Ich meine, die guten Karten kommen ja jetzt auch relativ am Anfang. Dann erstmal die Felstürme für die Limited-Formate. Dann die doppelte Vollkarte. Die lege ich euch übrigens auch dabei. Also wirklich alles, was in dem Booster drin ist. Wirklich alles. Aha, okay. Das Nashorn. Und ein Zenit der grünen Sonne. Das ist zum Beispiel so eine Karte. Die habe ich tatsächlich selber viermal in der Sammlung. Ich liebe ja grüne Toolbox-Decks. Alle Varianten, sei es Birthing Pot, Eldridge Evolution, der grüne Zenit in einem Elfendeck. In nahezu jedem Deck würde ich die Karte spielen. Richtig geile Karte. Ja, nett zum Warmwerden. Und die Vasallen sind natürlich auch super. Vielleicht für die Commander-Sammlung der Azorius-Vasall. Richtig gut. Oh ja, nettes erstes Booster. Schauen wir mal, ob wir hier noch... Ich meine, da sind ja noch ein paar Karten dahinter. Vielleicht eine nette Ankamm oder Kamm sehen. Ja, so für die Vollständigkeit sind ja auch nur sechs Booster insgesamt. Oh, aber nette Playables. Würde ich sagen, schauen wir uns wirklich alles mal an. Auch ein Burning Tree. Das ist wirklich eine nette Karte. Oh, würde ich mal sagen, gutes erstes Warm-Up-Booster. Zwei nette, sehr spielbare Rares. Ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen, Leute. Ich lege uns die mal hier oben noch so halb ins Bild. Ja. Sind hier nur sechs Booster. Ich glaube, die Übersicht können wir halbwegs behalten hier an der Stelle. Booster Nummer zwei. Was haben wir für euch gefunden? Eier-Token. Adla Palani. Bist du es. Die Felstürme. Oh, der Leviathan. Direkt eine Voll-Rare zur Eröffnung. Ja. Ja, der Schwurbruder nicht ganz... Ja gut. Ich glaube, ein Leviathan hätte mir hier oder euch auch an dieser Stelle gereicht. Die Zwillingsflamme, die zweite Rare. Oh, da würde ich sagen, da geht aber noch was. Oh, die Amulette sind auf jeden Fall nett. Oh, das ist ein Blatt-Artist. Full Art. Alternatives Artwork. Oh, das ist auch eine nette Karte. Oh, den habe ich in super vielen Commander-Dicks. Das ist halt wirklich eine super starke Karte. Nett. Nett. Ein Ausheben. Oh, die sehen aber richtig nice aus. Da habe ich nur so eine ganz alte Variante. Ja, es bleibt auch bei der alten Variante. Leute, die ist für euch. Och joa. Oh, die Benelis ist so ein richtiger Klassiker. Das ist wirklich ein richtiger Klassiker. Den habe ich auch super oft gecastet tatsächlich. Oh, nette Erinnerungen. Also für mich reicht das hier jetzt an der Stelle gerade wirklich, so die Reprints einfach zu sehen. Karten, die ich früher gecastet habe. Teilweise in Turnierdecks, wie der Zenit eben. Oh, das macht Spaß. Richtig gut. Leute, soll ich euch noch ein Geheimnis verraten? Ja, komm jetzt hier. Jetzt sind wir schon quasi mitten im Video. So ganz unter uns. Ich habe noch ein paar Booster. Wenn ihr ordentlich Daumen da lasst, mache ich noch mehr Booster auf. Könnte alles haben. Ich will nur Booster aufmachen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, da können wir uns doch drauf einigen, oder? Ja, gerne mal einen Daumen da lassen. Dann schauen wir mal. Die beiden Vollkarten. Oh, da geht noch was. Gave, Guru der Sporen. Legendäres Pilzwesen. Oh ja, netter Commander. Nicht schlecht. Nicht die stärkste Mythic Rare hier für das Set. Und der Flegel des Eroberers. Ja, da würde ich aber sagen, da geht ja wirklich noch was hier, oder? Oh, so ein Bolt. Also die Kamm- und Ankammkarten. Ah, richtig gut geworden. Nette Auswahl. Der Bugler. Kennt ihr vielleicht bei mir aus dem Stream. Grüße gehen raus. Immer gut. Oh Mann, Alec. Wirklich ein Klassiker. Wurde ich wahrscheinlich öfters von getroffen, als ich selber das gecastet habe. Aber ist in Ordnung. Lasse ich hier mal durchgehen. Quasi Halbzeit. Das vierte Booster. Oh, das ging aber jetzt verdächtig einfach auf. Ist das ein Zeichen? Ich weiß es nicht. Kleiner Feenräuber. Die Felstürme. So, die erste Feuil. Die zweite Feuil. Oh, nicht ganz so krass, aber da ist hier super Full Art Extended Art dahinter. Kommt Leute, was richtig Nices für euch. Komm. Oh, eine Consecrated Sphinx. Das ist eine wirklich gute Karte. Die ist auch deutlich besser hier im Mythic Slot, als die Kommanderkarte eben gabe. Oh, das ist eine Premium blaue Karte. Und dann auch noch so schön. Oh Leute, da freue ich mich. Ich will natürlich auch ein paar gute Karten, so richtig gute Karten für euch aufmachen. Oh, jawohl. So habe ich mir das hier vorgestellt. Schön die Full Art Sphinx. Dahinter der Kosilek. Der Schlechter der Wahrheit. Okay, das ist ein Booster. Das kann ich auch so wirklich mit gutem Gewissen an euch rausschicken, würde ich mal sagen. Also Leute, komm. Ein paar Daumen da lassen. Dann mache ich noch ein paar Eldrasis für euch auf. Oh, nice. Oh, das war mal. Das war mal ein 10 von 10 Booster. Sphinx in Tukosilek. Oh ja. Leute, da bin ich wirklich beruhigt. Ich dachte erst so, oh, vielleicht war das doch eine blöde Idee, wenn da jetzt nichts Gutes kommt. So nach dem Intro. Ad La Palani. Ja, sie muss man einfach in der Commander-Sammlung haben. Das ist sowas von Pflicht. Da war ja auch eben schon ein Eier-Token dabei. Hervorragend. Ach so, Flavor voll. Man weiß halt nie als Gegner, was genau schlüpft da jetzt aus dem Ei raus? Ist es ein Dino? Ist es vielleicht sogar ein Eldrasi? Oder? Ah, super geil. Tyrannei dahinter. Oh, da kommt aber vielleicht noch was richtig Schönes. Was haben wir hier? Bist du ein Mildrifter? Der Grübelschlängler. Habe ich noch nie auf Deutsch gesehen, die Karte. Es ist ein Mildrifter. Ja, wie schön du aussiehst. Boah, hier waren jetzt aber echt nette Karten dabei. Schön die Full Art Karten. Man, Lightning Bolt. Ja doch, so habe ich mir das vorgestellt. Ich meine, Leute, ich habe mir natürlich auch noch eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit in Form von einem Collector Display, Collector Booster Display gegönnt. Das machen wir ja auch noch auf. Aber ein paar Bonus Booster für euch sind natürlich am Start. Ich bin gespannt, was ihr sagt zu meiner Idee. Mal sehen. Leute, ein Äqueduct Full Art Voll. Ah, die sehen aber sehr geil aus. In manchen Decks, manche Arc Types braucht man halt auch die Länder. Nicht schlecht. Oh, ein Anger ist wirklich ein Klassiker. Geht klar und der sog der Zeit. Ah, da hat mir hier das vierte Booster. Sphinx, Coselec, doch ein bisschen besser gefallen. Gut, dass das dabei war. Noch ein Bugler. Grüße gehen raus. Boah, Leute. Es waren jetzt zwar nur sechs Booster, aber das hat richtig Bock gemacht. Wie gesagt, alle Karten, alles, was ihr hier gesehen habt. Auch die Token, die Vollkarten. Wirklich alles. Aber natürlich auch die Sphinx und der Coselec sind mit dabei. Boah, guter erster Durchgang. Gutes Warm-Up. Das hat schon mal richtig Bock gemacht. Ja, wie gesagt, Leute. Wenn ihr Bock darauf habt, ich habe noch ein paar Bonus Booster für euch. Gerne einen Daumen da lassen. Aber an der Stelle ganz kleines Video. Kann ich euch erstmal nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.